Ein junger Mann baut eine Mauer aus Legosteinen, dann versucht er sie zu überqueren. Doch immer wieder ertönt grell die Alarmanlage, egal wie viele Kleidungsstücke er ablegt. Nicht mal in Unterhose kommt er durch, stakkatoartig windet er sich vor einer unsichtbaren Übermacht. Politisch aufgeladen und pantomimisch beginnt das deutscharabische Stück, irgendwo müsste es schön sein. Um dann doch wieder gänzlich unpolitisch zu werden. Sechs junge Deutsche wollen mit dem Campingbus nach Jerusalem fahren, reiben sich aber auf in Luxusproblemen und auf Landstraßen, zwischen Tourismusbeflissenheit und Klischees. Wer hat was mit wem, wer welches nächste Projekt, Freiheit ist eine überfordernde und müde machende Errungenschaft. Von einem Musiker begleitet werden die Darsteller per Live-Kamera in einen gezeichneten Bus hinein projiziert und arbeiten sich langsam ins Heilige Land voran, in dem sie aber nie ankommen. Das Autorenduo Moritz Rinke, Mario Salazar hat gar nicht erst den Versuch gemacht, Aspekte eines politischen Konflikts aufzuzeigen, den es nicht kennt, sondern erzählt in Häppchen, wie das luxuriöse Leben in Europa verleppern kann. In einem Altersheim trauern Rentner darüber, dass sie nie Blauwale gesehen haben. Auf einer Tankstelle bemerkt ein Paar, dass er sich nie geliebt hat. Um wie viel existenzieller kommen da die Szenen des palästinensischen Autors Rassan Saktan daher? Auf gepackten Koffern sitzen die Palästinenser in der Transitzone und warten stundenlang auf Ausreisegenehmigungen. Busfahrer Hassan verabschiedet sich in Arbeitsuniform beiläufig von seinen Töchtern zum Auswandern. Aber vor allem berührt die Geschichte von Fatima und ihrem Mann Said aus Jordanien, den sie nur bei der Hochzeit einmal gesehen hat. Jahrzehntelang stellt sie wöchentlich vergebliche Reiseanträge, wird von Soldaten entwürdigend abgetastet, kehrt er folglos zurück. Bis sie ihn schließlich als Aschehäuflein in einer Plastikflasche zu sich nach Hause holt und sich mit seinem Geist prompt um den richtigen Aufstellplatz streitet. Wo willst du mich abstellen? Wo willst du mich abstellen? Ich habe eine Telefon? Nein! Wenn du vor deinem Leben wirst, wirst du wissen, dass ich die Telefon liebe und von den Nachrichten verabschiedet habe. Nicht vor dem Fernseher, ich ertrage die Nachrichten nicht mehr. In der Küche, über dem Waschbecken. Wo ist die Koffer? Ich denke immer immer an deinen schönen Händen. Auf dem Schubak? Auf dem Schubak. Am Fenster. Und wo ist es hier? Dann stelle mich dort ab. Und wenn ich zurück in den Tag, werde ich mit dir mit dir. Und nachts nehme ich dich mit in mein Zimmer zum Schlafen. Mit dir hätte es hier schön sein können. Das palästinensische Flüchtlingslager ist mit einem großen Perser-Teppich, Tee-Samovaren und fliegenden Händlern gezeigt, die nicht zur Schule gehen, weil sie Geld verdienen müssen. Dazu schwingt das Zug. Schon entsteht auf der Bühne eine Welt, in der es um deutlich existenziellere Konflikte geht. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Und die sind an diesem Abend prägnant gezeigt. In Deutschland und Palästina kann man das Leben verpassen. Nur sind es auf deutscher Seite Wohlstands-Selbstverwirklichungsprobleme, die am Leben hindern, während es in Palästina um Verlust, Tod, Hunger und Arbeitslosigkeit geht und den täglichen Kampf mit fremden Mächten und Zwängen. Das ist beeindruckend viel bühnentauglicher. Übersetzt wird das Arabische beiläufig von wechselnden deutschen Schauspielern. Sie fassen am Rande zusammen, was auf Arabisch gesagt wird. Eine sehr gelungene Art und Weise konzentriert beide Sprachen auf der Bühne nebeneinander zu hören. Komplizierte Kopfhörer und Übertitelungssysteme sind so gar nicht nötig. Nicht nur der Bühnenstoff, auch die Zukunftsperspektive der Schauspielabsolventen aus Deutschland und Palästina unterscheidet sich gewaltig. Hussam al-Azhar etwa will in sein Flüchtlingscamp zurückkehren und dort Theater mit Kindern machen. Ganz ohne europäische Subventionen. Andere, wie Yasmin oder Dziad, wissen nicht, ob sie in Palästina eine Perspektive haben. Es gibt nicht viel Arbeit in Palästina oder auf den Golan hören. Jeder sagt mir, dass ich auch auswandern könnte, um zu arbeiten. Aber ich will am liebsten dort bleiben. Mal sehen. Ich weiß nur, warum ich Schauspiel studiert habe. Ich muss das Klischee verändern, das alle Medien über die Palästinenser verbreiten. Ein Palästinenser ist ein Terrorist, ein Mann mit einem Gewehr. Ich will alles tun, damit noch ein anderes Bild von uns existiert. Nach der Akademie träume ich davon, einen Kinofilm zu drehen. Aber ich will immer wieder zum Theater zurückkehren. Das ist mein Traum.